Das hier ist jetzt eine Junior Suite. Das ist Junior Suite, ein großer Raum. Keine separaten Räume. Ich bin nur gleich hier, weil sie helfen die neuen Anreise-Daten, die wir haben. Dann auch uns gegen Smartwerfen, die Junior-Suiten haben andere Bäder als die Standard-Familie. Ja, und ich muss jetzt erstmal zurückkommen, Marcel Schrötter, auf Platz 3. Der kriegt auch Besuchsakon, nämlich von Nakaga.